Los, jetzt retten! Verdammt geile Hetzjagd! Ich freue mich so auf unser Wochenende. Keine Arbeit, keine Bürokraten, keine Telefonate. Und keine Ehefrau. Steigen Sie aus dem Wagen. Wir haben doch absolut nichts getan. Herrgott, wie bescheuert sind die hier in der Gegend. Los geht's. Na, macht schon. Wieso sagt ihr nicht endlich, was ihr von uns wollt? Die wollen uns jagen. Nach deiner ersten Menschenjagd vergeht ihr einfach die Lust, Tiere abzuknallen. Los, jetzt rennt! Renn weg und versteck dich so schnell du kannst. Verdammt geile Hetzjagd! Es war nichts Persönliches. Es war nichts Persönliches. Die Welt! Die Welt! Vielen Dank.